...Athleten in den Ring. Und zwar rufe ich in die blaue Ecke von Istanbul-Mosporus, David Oliver Choice. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich setze! Head up! Untertitelung des ZDF, 2020 Meine Damen und Herren, die zweite Ansetzung des heutigen Abends im Leichtgewicht bis 61 Kilogramm in der roten Ecke aus dem Team der Leipzig Leopards Rashid Kassem und er Blick zurück auf 115 Kämpfe, davon 100, die er erfolgreich abgeschlossen hat Ja, ja, man brug nu jabs, og så brug dybt, for så får du ikke lukket luften ud af ham Du skal ind og sidde der, ja, ja, vier gange Ja, det er gut, det er gut, det er gut, bare mal bare er weg Ja, det er gut Ja, gut Ja, gut Ja, man, du skal ikke kun slå det efter, der er op da Ja, der er gut Clear the ring for round three Ring frei für Runde drei angekommen Ja, det wird zwischen underem Es ist ein Ja, es ist ein Wie ist Herren Verizon? Wie ist denn erreicht ли ancora? No holding? Oh, damn it! Oh, damn it! Oh, damn it! Stop. Stop. No holding? No holding, no holding? Yes, that was the light? No holding? No holding? No holding? No holding? Yes, that was the last one? Oh, damn it! Yes, that was the last one! Ha! Oh, damn it! Oh, 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 oh! Head up! He is in the ground. He is able to start the ground. We are able to start the ground. We have to get this right. Here we go. Clear the rain for round 4. Reign flying for a wonderful field. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.